Ah, wie öffne ich das Paket denn? Kann das ja nicht öffnen, oder? Ah doch. Ah, okay, alles klar. Ah, Dahlia, okay. Das muss man aber erstmal wissen. Ja, alles gut. Hallo Darling, ich hole das Handy eben hier raus. Oh, in den Kleiderschrank. Ganz schön eng hier. So. Ja, da müssen wir das Ganze normal machen, sorry. Ähm, so, ich ruf die Tochter an. Dude. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, ja. Nein, bitte, er wird sie verhörter. Okay. Was sagst du denn? Warum würdest du das sagen? Meine Frau ist innozentig, aber dein Vater, er wird uns nicht hören. Ich weiß nicht, was du willst. Hey, bitte, kannst du ihn einfach kenne und erzählen und hören? Er hat nicht die ganze Geschichte. Okay, gut. Ich kenne ihn. Aber ich verliere mein Nummer. So. Äh, ich hole mal das Foto. Achso, ich sollte mit ihr über das Buch reden, ne? Was sie da liest. Aber kann ich gar nicht, oder? Kann ich nicht. Krankheit reden. Ne, das geht nicht. Ah, ich spule das mal vor. Das ist ja nervig. Nein, das war es nicht. Es war Chris. Und er hat ihn. Wie konnte du? Ich konnte. Äh. Ich, hör. Was? Er ist dein Freund. Er hat ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Er ist derjenige, der das Pult verhörte. Was? Oh, nein. Okay, bist du bereit? Ein Mann? Was? Er war nahe zu deinem Vater. Und wenn dein Vater stirbt... Äh. So. Dann geben wir ihr das Foto. Foto, 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 Foto. Hier, du musst das Bild nehmen. Ich werde es nicht geben, ich kann es dir geben. Okay. So. Ja, den Rest können wir jetzt eh nur warten. Das kann ich jetzt leider nicht überspringen. Ist mega nervig. Und ein Mann ist kommen? Okay. Wir erzählen ihm die Wahrheit. Er wird listen, oder? Er muss. Ich meine, das Ganze... Es ist total... Es ist verrückt. All diese Jahre, ich dachte... Das ist verrückt. Mein Bruder? Ich glaube, ich hatte keine andere Familie. Ich glaube, ich weiß nichts über ihn. Ich weiß nicht, was Fragen zu fragen. Ich glaube, ich meine... Die Good News? Das ist es. Das ist die Gehör. Das ist die Skelle. Und jetzt, du wissen es, ich meine... Wenn du noch mit mir hast... Wir können starten. Okay. Mal gucken, ob wir das irgendwie alles so hinkriegen. Mal schauen. Gut, im Prinzip wissen wir ja. Ne? Was Phase ist. Ich stelle mich schon mal hier hin. So. Oh, okay. I'll listen to him about honey. Yeah. Don't worry, Bumblebee. I'll take care of this. I love you more. All right. Is that him? Is that him? Is that him? I love him. I love him. We need to tell him the truth. You want to talk? Okay. Will you tell him the truth? You think you're funny? Calling my family? What? What are you talking about? No more games. Hands behind your back. Now. Wait. Stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. What? He had a love child. Bastard. That's your killer. You're expecting me to believe that? I don't care what you believe. The bastard destroyed everything I loved. Destroyed my mother. She called him the monster. And he was. Monster? What? Oh, it's just that was the last thing I heard him say. It never occurred to me that it meant that. Listen, I know my father was important to you. I miss him too. But I, I always thought you weren't there. I wasn't there. But then? I don't know. But it wasn't me. I'm sorry. I'm sorry. I really am. My daughter, she... She's all I care about. She's dying. Cancer. And the insurance one. I can't pay for the treatment. That watch. See, wie kalt hier drin noch, ne? It could cover it all. Noch ein bisschen höher gedreht. If she knew I was doing this... Thank you for not... If you told her... What I was really here for... She'd never talk to me again. I'm going now. Wait just a second. Here. Take the watch. You need it more than I do. She does. I'll look for your brother. I'll start with the nanny, go from there. How much do you remember about her? What? It's been a long time. Do you remember her name? Ah, something flowery. So. Ich würde es jetzt probieren. Daisy, something like that. Look at this. Cute. So what? The name. Look at the name. Is that the nanny? Who? The nanny from the old man's affair. What? Oh. Yes. Dahlia. That's it. Her name was Dahlia. Why are you saying this? No, no, no. Please, God. Is this funny to you? She was my mother. Oh, fuck. What? No. 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 Hey, come on. Snap out of it. Look, I know this is a lot to drop on you. But I gotta know that we're on the same page concerning these feelings. So consider your answer to this question very carefully. What do you want with my daughter? I can't just stop feeling for her. I love her. I love her with everything in me. I don't care about your feelings. Feel however you feel. Feelings don't matter. What are you going to do? You. You. You're fucking radioactive, you know that? Just you existing. Killed my wife. Your mother, too. Now you want my fucking daughter. God. Permission. Permission to date my daughter. The thought of you touching her, your grubby fucking hands. I'll break every bone in your body. Look. It's not on you. Not all on you. I could have been more honest. But fuck, not this. None of us deserve this. But you gotta... We gotta think about her. Not ourselves. Yeah, denke ich mir auch gerade. You know what you gotta say. For her. Think about it. Say something. Say something. Piece of shit. You wanna know my answer? Yes, I do. Maybe I can just tell her the truth. Oh, you're just gonna tell her all this? How you think that's gonna go? We're in love. We'd... We'd overcome it. You are so naive. Such a child. It's the right thing to do. No, this is. You fucking idiot. Fuck. You are so naive. So stupid. Oh no. Oh no. What the fuck? Dann sind wir... Der Bruder? Was? Yes. Her giver... Do you know what? No. What? No. 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 Und jetzt? Alles normal. Oder können wir hier irgendwas anderes erzählen? Jetzt. Nein. Lass die Tür doch zu, Mann. Halbgeschwister. Ja. 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 Ich kann mit ihr aber nicht über das Buch reden. Das geht nicht. Ich kann nicht mit ihr darüber reden. Doch da, Buch. Also. Und jetzt soll ich die Uhr holen. Ja. Dann probieren wir das doch mal. Okay. Let's go. Achso. Öh. Angucken. Ja, ja. Das ist echt schwer drauf zu kommen. Ich danke euch. Aber wer kommt auf die Idee, mit einem Buch drüber zu reden und dann auf die Uhr zu gucken? Das ist schon schwierig. Aber cool. Hey. Hier ist er. Du bist zurück. Look. I know this is a terrible shock. But we need to be on the same page. These feelings for my daughter. Your sister. Look, this isn't how I wanted to tell you. You deserve, both of you deserve better. You know, the thing I hate the most? Worst thing in the world? Disappointed my little girl. Well, that was the worst thing. And now a baby. You, with your little love. I guess it was always going to happen. Nothing stays swallowed down forever. Ah, da liegt das Buch. Mal hier. Da liegt das Buch von ihr. If I could go back. Well, things would be different. You can't just try again. That's not how life works. So you gotta make the choice. And you gotta make it now. You wanna know my answer? Yes, I do. I, uh... Yeah, alright, alright. Yeah, I guess... I guess there is a world where I leave and where she doesn't get to know why. There is. And I know. I know it's hard. Thank you for understanding why it needs to be this way. This hole... Ah, I've made so many mistakes. But for what it's worth, I'm glad you turned out so well. I love you. No. 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 No, no, no. no. Tja, 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 tja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hallo Zipfelleinchen. Schön, dass du da bist. So. Ich mache fortfahren. Achso. Ich dachte jetzt Ego-Perspektive. Fängt das jetzt wieder von vorne an? Aber ich glaube nicht. Jetzt lockt. Okay. Ich kann das mit dem Schlüssel machen vielleicht. Geht das? Ah, das geht. Okay. So. Oh. Zwei Minuten vor zwölf. Wie mache ich das denn? So. So. Müsste ja richtig sein, ne? Wieder zwei Minuten. Wir haben ein bisschen nachgeschaut. Müssen wir zugeben. Aber wer kommt auf sowas? Auf so eine Lösung? Es ist schon echt schwer. Hey. Hier ist er. Hä? Hat er Glatze? Ich weiß, das ist ein Terrible Schock. Aber wir müssen uns auf der gleichen Seite sein. Diese Gefühleinung für meine Frau. Ihre Frau. Look. Ich... Das ist nicht so, ich wollte es sagen. Du deserve... Both of you deserve better. You know, the thing I hate the most? Worst thing in the world? Disappointed my little girl. Well, that was the worst thing. And now a baby. You, with your little love. I guess it was always gonna happen. Nothing stays swallowed down forever. So... You gotta make a call. If I could go back... Well... Things would be different. You can't just... Try again. That's not how life works. So... You gotta make the choice. And you gotta make it now. Say something. Hey, it's only by forgetting that... We ever really drop the thread of time... And approach the experience of living... In the present moment. You've read that one, eh? I know the idea of forgetting things sounds crazy. But what if... You could... I can help with that, if you want. Muss ich jetzt hier draufklicken? All you have is the future. You forget everything you went through. All the pain, all the stress. Oh, nee. Forever. But you need to understand... There is no turning back. You can't... I'm doomed. You do have a remarkable imagination. The stories you've created. But... Believing them so strongly... So deeply is unhealthy. You have to let her go. You can't keep obsessing over her. Sometimes things just are what they are. It's time for you to wake up. It's time for you to wake up. It's time for you to wake up. Don't tell how they are. You don't have to humano's body. You don't have to worry. You can't eat anything. You don't have to worry. I don't know if you're háb. You're going to be happy. 被 it not easily. People don't have to worry. You don't laugh. We don't have to worry. It's time for you to have to stay. We don't remember. You don't have to worry about it. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war 12 Minutes Weil wir haben alle Enden gesehen, glaube ich Oder zumindest eins gibt es, glaube ich, noch Wenn man nur das Buch anklickt Aber ich glaube, da wird jetzt auch nicht viel passieren mehr Wir können auch nicht fortsetzen Wir können nur noch verlassen Ja, krass, es war unsere Es war Albschwester Wie verrückt das einfach war Hä? Da wäre ich doch im Leben nicht drauf gekommen Das ist doch Verstehe ich nicht Also, das war ja völlig Mindblowing Das war ja völlig mindblowing Okay Aber nichtsdestotrotz Nichtdestotrotz Nicht Desto Nichtdestotrotz Nein Einfach so, es war ein gutes Spiel Lach doch einfach mal über meine Aussagen So Ähm Nichtdestotrotz Jetzt habe ich es richtig gesagt So Ähm Ein großartiges Spiel Es hat mir sehr viel Spaß gemacht Es war cool Muss dabei sagen Auf die Enden zu kommen Ist schwierig Also Wir hätten, glaube ich Weniger Zeit gebraucht So wie jetzt Weil wir es jetzt wussten am Ende Weil wir nachgeschaut haben Aber ohne Hilfe Hätten wir, glaube ich Jetzt Also ohne euch Hätten wir, glaube ich Jetzt echt lange noch gebraucht Bis zum Ende Also Dass du auf die Uhr gucken musst Dass du mit ihr über das Buch reden musst Dann Und dass du das 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 Baby-Ding Mitnehmen musst Und ihm dann geben muss Genau in dem Zeitpunkt Wenn sie über die Nanny reden Das ist schon Da drauf zu kommen Ist schon verdammt schwierig Aber Gut Wir haben es durch Es war ein schönes Spiel Es hat mir Spaß gemacht Ich weiß nicht Wie viele Folgen es auf YouTube geworden sind Aber Ich möchte mich erstmal Recht herzlich Bei YouTube bedanken Danke fürs Zusehen Und Wir sehen uns im neuen Video Oder im nächsten Video wieder Und Ja Bis dahin Tschüss